Musik Eine unglaubliche Leistung von Jogi Bitter gegen den THW Kiel. 22 Paraden, die den Rekordmeister der Verzweiflung nahe brachten. Bitter war an diesem Spieltag im Tor absolut unschlagbar. Musik Er steht an der Spitze der Torschützenliste. 36 Tore nach 4 Spielen. Zehn davon am dritten Spieltag gegen Flensburg. Der Melsunger Michael Allendorf ist der Linksaußen des Spieltages. Es läuft bei Sven Sören Christoffersen. Der Neu-Hannoveraner feierte sein Comeback ausgiebig. Sieben Tore trug er zum klaren Sieg seiner Mannschaft gegen Lübbecke bei. Max Mensah-Larsen ist angekommen in der DKB-Handball-Bundesliga. Der Neuzugang der Rhein-Neckar-Löwen war gegen Erlangen bester Torschütze. Und wenn er nicht selbst traf, dann bediente er seine Mitspieler mit Zuckerpässen. Unser rechter Rückraum ist in dieser Woche Holger Glahndorf. Das hat er sich nach dem klaren Sieg seiner Mannschaft gegen Melsung und seinen eigenen sechs Toren auch verdient. Dennis Wilke schnappt sich die Rechtsaußenposition. Siebenmal eingenetzt eine hundertprozentige Quote bei seinen vier Siebenmetern. Und der Sieg der Balinger gegen Minden. Das sind gute Gründe dafür. Am Kreis kämpfte sich der Göppinger Evgeny Pevnov durch. Unter anderem seine vier Tore sorgten gegen Wetzlar für das knappe 23 zu 22 und damit für den dritten Sieg im dritten Spiel.